Herzlich willkommen zu sieben Wochen, was uns bewegt. Mich bewegt in dieser Woche Ohnmacht und Stärke. Ich bin Schwester Ursula und stehe hier im Franziskusgarten des Klosters Sießen. Mich bewegt vor allem die Ohnmacht so vieler Patientinnen und Patienten in den Kliniken Bad Saulgaus. Besonders bewegt mich die Ohnmacht von Müttern und Vätern, deren Kind verstorben ist. Es bewegt mich auch die Ohnmacht im Blick auf unsere Welt. So viele Kriege, so viele Krisen. In diese Ohnmacht hinein höre ich die Worte Jesu. Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Christus ist mit uns. Wir sind nicht allein. Nie. Das gibt mir und vielen Menschen, denen ich begegne, Hoffnung und Stärke. So lasst uns beten. Gott, ich bringe meine Ohnmacht vor dich. Meine Ohnmacht und die Ohnmacht vieler Menschen. Wandle sie in Zuversicht. Stärke unsere Hoffnung. Gott, erbarme dich. Mensch,- Gott, ich bringe sie in DRG. Vielen Dank.